Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Royal Hotel, ein interessanter australischer Film. Was er kann, das er freut ihr jetzt? Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Hannah und Liv sind in Australien unterwegs und machen Backpacking-Urlaub. Allerdings geht ihnen das Geld aus und so müssen sie anfangen zu jobben und bekommen einen Job im australischen Outback vermittelt, in einem Pub namens The Royal Hotel. Und dort ist erstmal, muss man sagen, eine sehr frauenfeindliche Umgebung, weil es ist eine Bergbauarbeitergegend, wo hauptsächlich eben Männer wohnen und die sich abends dann immer gerne betrinken und für Frauen eher eine feindliche Umgebung dort ist. Dementsprechend müssen die beiden damit irgendwie klarkommen und sie hadern sehr stark mit sich, weil eben es auch um viele blöde Sprüche geht und sie aber eigentlich starke Persönlichkeiten sind, im Sinne von, dass sie dem Ganzen auch entgegentreten können. Aber es spitzt sich so irgendwie nach und nach zu und man weiß nie genau, wem von denen kann man jetzt vertrauen und wem nicht. Und so entwickelt sich über ungefähr 90 Minuten ein Film, der immer mehr zunimmt von der Spannung her oder von der Bedrücktheit her, weil es auch teilweise viele unangenehme Szenen gibt. Jetzt nicht, weil es irgendwie brutal oder heftig wird, sondern einfach so emotional unangenehm und halt seltsame Situationen, wo man nie weiß, okay, was passiert jetzt als nächstes. Das kann man dem Film gut zugutehalten. Allerdings ist es leider auch so, dass am Ende super wenig dabei rumkommt und man sich so denkt, wow, und was hat mir dieser Film jetzt am Ende gebracht? Also die Geschichte hat nicht so den richtigen Wendepunkt, wo man sagt, oh, das war jetzt mega, sondern es ist so eine beklemmende Atmosphäre, die aber auch nicht extrem krass oder heftig ist, sondern ja, es ist alles so nett am Ende. Deswegen, die Geschichte ist nicht schlecht, aber irgendwie hat es mir da so ein bisschen gefehlt. Deswegen nur zwei von fünf Punkten dafür. Weiter geht es zum Schauspiel. Die Hauptdarstellerinnen machen echt einen guten Job, auch wenn sie gefühlt ein bisschen zu alt für die Rollen sind, aber das ist natürlich klassisch bei solchen Besetzungen. Wir haben hier Julia Garner und Jessica Henwick und die beiden sind super. Die haben starke Frauenfiguren, die sie hier verkörpern. Die haben einige emotionale, gute Momente. Also das ist vom Cast her kann man da nicht meckern. Das ist insgesamt in Ordnung. Es kommt halt so ein bisschen wenig bei rum, was die Geschichte angeht. Deswegen, das ist solide drei von fünf Punkten. Weiter geht es zur Technik. Der Film ist insgesamt hochwertig produziert, hat einige schöne Aufnahmen mit drin. Allerdings ist die ganze Gegend, wo sie das drehen, so ein bisschen langweilig und eintönig. Und die holen da schon das meiste raus, aber wirklich bildbombastisch ist da nicht viel drin. Dementsprechend, das ist solide okay drei von fünf Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, am Ende ist The Royal Hotel ein Film, wo ich sage, ey, den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Weil er gibt keinen richtigen Mehrwert. Die Schauspielerinnen sind zwar toll, die liefern auch gut ab. Aber so wirklich beklemmende, tolle, interessante Stimmung, die ja am Ende vor allem irgendwie eine Moral oder so hat, gibt es irgendwie nicht. Das ist alles nur mäßig bis okay. Und ich kann ihn leider dementsprechend auch nicht wirklich weiterempfehlen, weil fürs Kino, das lohnt sich nicht so wirklich. Zwei von fünf Punkten insgesamt dann auch nur zehn von zwanzig Punkten. Der Film ist okay, aber wirklich was reißen kann er irgendwie nicht. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst gerne einen Daumen hoch, da schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.